Hallo und herzlich willkommen zum Warwings Day. Wir spielen das Spiel Call of Duty Modern Warfare 2 weiter. Wir starten sofort die Kampagne. Spielfortsetzen. Jawohl, ja. Und los, okay. Mach den Drecksfernseher aus. Mein Sonderkommando ist Arsalandus. Ich übernehme Ihre Einheit, Sergeant Foley. Ja, Sir. Zu Befehl, Sir. Ich habe einen Striker von der 8. Panzerdivision. Honey Badger ist ein fieses Teil, Sir. Damit kommen Sie rein. Die Russen knacken unsere Verteidigung und unsere Daten. Diese Ecke dürfen Sie nicht kriegen. Werden Sie nicht. Zeigen Sie es mir auf der Karte, Sir. So, dann wird es losgehen. Exodos. Hunter 2-1. Hier, Hunter 2-1-Anführer. Unsere Evakuierungsrufschrauber werden vom Boden aus geschossen. Wir müssen diese Luftabwehrstellung unterstören, damit die Zivilisten evakuiert werden können. Los! Alle den Striker beschützen. Auf Bodengruppen mit Raketen davon achten. Runter von den Straßen! Scheint im gelben Haus! Druck! Schwerfeuer auf dieses Haus! Runter von der Straße! In den heutigen Deco! Druck! Schwerfeuer auf dieses Haus! Achtung! Sie zielen auf den Striker! Auf Raketenwaffe 8! Okay, wir haben auch gesagt, runter von der Straße. Und was mache ich? Ich bleibe auf der Straße. Hunter 2-1. Hier, Hunter 2-1-Anführer. Unsere Evakuierungsrufschrauber werden vom Boden aus geschossen. Wir müssen diese Luftabwehrstellung unterstören, damit die Zivilisten evakuiert werden können. Los! Alle den Striker beschützen. Auf Bodengruppen mit Raketen davon achten. Runter von den Straßen! Rein im gelben Haus! Druck! Schwerfeuer auf dieses Haus! Runter von der Straße! In den heutigen Deco! Druck! Schwerfeuer auf dieses Haus! Achtung! Sie zielen auf den Striker! Auf Raketenwaffe 8! Ziel markieren! Over! Runter von der Straße! Verstanden! Greife die Infantrie an! Durch die Häuser flankieren! Los, los, los! Verlassen! 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 Badger 1-Hunter 2, Ziel zerstört. Druck! Vorwärts mit dieser Häuser! Los, Bewegung! Oh, das ist falsch. Irgendjemand war's falsch. An alle Hunter-Einheiten, je Badger 1, Ziel markieren. Over. An alle Hunter-Einheiten, je Badger 1, Ziel markieren. Over. Was mach ich hier? Oh, das ist der Fall! Wenn? Zum Rutz. Den Laser-Marker einpätzen! Ziele für den Stryker markieren! Danke für die Hilfe, Hunter 2, 1. Laser. Verstanden. Greife die Infanterie an. Badger 1 an Hunter 2. Ziel zerstört. Feinde im Grauen Haus! Feinde im Grauen Haus! Ausschalten! Achtung, wir rücken vor. Alles zurück. Alle vorwärts! Den Lasermarker einsetzen. Ziele für den Spiker markieren. Fönder! Eins, bremgeweiten! Wir gegen Grauen Gebäude! Scheinfreie ist so schweig! Feinde zu Fuß bei den Appartments! Feinde zu Fuß bei den Appartments! Aufschalten! Roger. Greife Hubschrauber an. Alles historically! Alles sofort! Alleaty negativ zurück! Klimaüllr mentor 2. Re Kern Budweilerふ learnt. Die Polen schweigen in nach 4k. azuer eine balls objetivo! Schlau rein! Alle� erläutern zurück! Badger 1 ist unterwegs! Badger 1 an Hunter 2! Gebiete sicher! ohne переход Healing! Schlau rein! in direkten Base! Gym auf Fliegeumpel! fahrzeug explodiert freunde zu fuß freunde zu fuß fahrzeug 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 Greife Hubschrauber an. Roger, greife Hubschrauber an. Verstanden, greife die Infantrie an. Wer selbst einer drei Zielgebiet gerichtet. Was mache ich hier? Alle vorwärts. Das Wasser ist unterwegs, auf dem Weg! Verdammt, sei klein, sie sind dabei, Ende. Das Raketenabwehrsystem dreht bei so vielen Raketenmärkten durch. Arme unbedingt ausschalten, verstanden? Over. Dieses Geschütze ausschalten! An alle Hunter-Teams hier Badger ein. Ziel markieren, over. Geschütze ausschalten. Badger 1 hält Position. Badger 1, verstanden. Ziel wird angegriffen. Badger 1, verstanden. Ziel wird angegriffen. Alle vorwärts! Badger 1, 102. Zielgebiet gesichert. Da sind viele beim Wachhaus! Munition! Verständlich! Greife Infanterie beim Kontrollpunkt an! Abwärts! Guck mal! Ich schau mal! Und die Flöte! Geh mal! Okay! Roger! Ziel wird angegriffen. Verstanden! Ziel wird angegriffen. Er ist nicht ein großer Schmerz! Der Ziel wird angegriffen! Sie sind irgendwie nicht ein gewohnt! Nein! Sie sind irgendwie nicht ein gewohnt! Ich schaff! Schmerzt! Roger! Ziel wird angegriffen! Oh, ich hab schon knapp getrückt, das kann ja nun mal sein. Oh, ich hab schon knapp getrunken. WDR mediagroup Gnade Unter 2.1, hier Overlord. Da bitte Lage bricht. Over. Sie haben gerade die feindliche Sperre bei Kontrollpunkt Klima passiert. Rücken nach Arcadia vor. Over. Verstanden. Ich habe neue Befehle für Sie. Von ganz oben. Over. Ihr Team ist auf Brookmeer Road 4677 umgeleitet, nachdem Sie die Luftabwehr ausgeschaltet haben. Verstanden, Overlord. Zu Brookmeer Road 4677, sobald die Geschütze zerstören. Verstanden. Erstatten Sie mir Bericht, sobald Sie Ihr Hauptziel erfüllt haben. Overlord, Ende. Gut gemacht, Hunter 2.1. Vielen Dank. Ziel aus der Reichweite. Kameras, überrollen Sie. Auf dem Weg. Verstanden. Greife die Infanterie an. Wärter einhält Position. Wärter 1 an, Hunter 2. Viel zerstört. Ah. Na los, na los! Na los, na los! Die Matcha 1, Ziel markiert, over! Nice, nice! Die Matcha 1, Ziel markiert, over! Alle, hohe Wärme, hohe Wärme! Nein Nein Warum sind die so schwer? Nein Nein Ich habe nur ein kleines Ich habe nur ein kleines Los, Leermarker verwenden Markieren Sie die Ziele für den Stryker Alle vorwerfen Er ist in der Garage Auf Deckung An alle Hunter-Einheiten Gebencher 1 Ziele markieren Over Schieß doch hin Auf Deckung Auf Deckung Bin Blitz Blitz War Blitz Ja! Ja! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das. Wir sind unterwegs! Wir sind unterwegs! Na, das hat bescheuert. Kaputte Macht wird von der... Ramirez! Mit dem Lasermacker Artillerie für diese Fahrzeuge anfordern! Bombardierungsbefehle erhalten! Artillerie kommt! Ramirez! Artillerie für die feindlichen Fahrzeuge anfordern! Lasermacker einsetzen! Koordinaten bestätigt! Feuer! Overlord, Hunter 2-1! Luftabwehr neutralisiert! Wir sind unterwegs zur Brookview Road 4677! Eine Frage! Wo nach suchen wir genau? Sergeant Foley, hier ist General Shepard. Ihr Team ist es, eine wichtige Person aus einem Panikraum im ersten Stock dieses Hauses zu evakuieren. Ja, Sir! Das wird Sie erwarten! Der Code ist Eispick! Die Losung Phoenix! Holen Sie ihn da raus und erstatten Sie Overlord Bericht! Shepard Ende! Okay! Sie haben den Mann gehört! Okay! Sie haben den Mann gehört! Brookview Road 4677! Los! Kürchen Sie auf die Dämpferung! Lass mich über die Dämpferung! Lass mich über die Dämpferung! great! Nice Pick! ein 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 zeichen eines einbruchs also das ist nicht ihr durchschnittlicher das war es denn für heute wir sind in die falsche richtung unterwegs sollten wir nicht zurück zum kampf es gibt noch genügend zu kämpfen mctavish schön dass sie es aus südamerika geschafft haben sie treffen sich mit der sechsten flotte und führen den gegenschlag an gefangener 627 er ist der grund dafür dass makarov durchgedreht ist aber wir können nicht zu ihm bohrinseln sir die russen verwenden sie als raketenstellung die arbeiter sind ihre menschlichen schilde also können wir nicht einfach die ganze plattform hochjagen und die hier ist noch am schwächsten verteidigt ich weiß ich verlange hier viel von ihnen sie verteidigen sie daher wollen wir sie besonders wenn wir so an 627 rankommen so das war's für heute ich hoffe ich habe die Runde gefallen ich würde mich freuen und auf wiedersehen tschü tschü